So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich erreichen verschiedenen Spielen sowohl 100 Konditionen als auch Schilde. Dazu gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Ich werde ihn natürlich euch direkt verraten, nämlich ab nach Slurpee. Und natürlich der Modus Gruppenkeile. Ganz simple Sache, wir fliegen einfach runter, fliegen zum Kanal und lassen so einfach das Blue Life über den Kopf fliegen. So, wenn ihr natürlich damit, Sprachfehler, Babel, ich bin da, wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und natürlich ein Like nicht vergessen. Wie gesagt, wir fliegen einfach hier hin, stellen uns hier hin, warten bis die 100 voll sind. Ich schätze mal, wir werden noch nicht allein hier landen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch gerne im normalen Modus machen, aber wenn ihr wirklich jetzt ganz schnell die Aufgaben machen wollt, einfach euch hier hinstellen. Lasst euch besudeln, bis ihr halt die 100 Schild voll habt und dann ist das Ganze so simpel. Und das Ganze müsst ihr halt, wie gesagt, in drei verschiedenen Runden machen. Guckt halt immer, wie die Flugroute ist, wenn die gerade nicht so gut ist, weil die erste Runde hatte ich eben genau wie der Gegner jetzt auf der anderen Seite. Einfach aus der Runde rausgehen, nächste Runde und gucken, wann wir bei Slurpee landen können. Wir sehen jetzt, wir sind schon bei 75. Ist eigentlich ziemlich simpel. So und jetzt müssten wir die 100 voll haben und 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 ich meine einfache geht es wirklich nicht. Und zack, eins von drei geschafft. Ich denke mal, das kriegt ihr auch simpel hin und in dem Sinne viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und ihr wisst ja gerne Like, Abo, Glocke und schon geht es weiter. Und in dem Sinne, haut rein!